Servus Leute und herzlich Willkommen zu diesem neuen ASMR-Video. In der letzten Folge haben wir gegen den VfB Stuttgart gewonnen, der auf Platz 13 steht. Wir sind immer noch punktgleich mit Gladbach und heute steht das Top-Spiel gegen Wolfsburg an. Und ich wollte noch Zolles in die Startelf wieder befördern. Und dann gehen wir direkt rein. Ihr könnt wie immer euren Spieltipp in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie dieses Spiel ausgehen wird. Und über einen Daumen nach oben würde ich mir euch freuen. Und dann gehen wir direkt hinein in die Party. In diesem Minispiel. Okay, let's go. Wir sind zu Hause. Na, schon mal sehr gut. Und mit diesem Spiel können wir uns den VfL auf Abstand halten. Was macht denn der da? Na, sehr gut. Arnold. Zack, du. Und ab geht die wilde Fahrt. Schöner Pass. Oh, Castils. Und bereinigt die Situation. Oh, hey. Rosic. Amiri. Vicoast. Jetzt haben sie ja den Große geholt. Der was bei Union gespielt hat. Achtung. Ah, Abseits. Ich weiß gar nicht, auf welchen Rang Union steht momentan. Aber ist schon krass, dass die da so... Das steht da so gut in der Tabelle stehen momentan. Also in der echten. Pff. Und ich hab schon wieder den Backofen links. Eckball Wolfsburg. Und Kruppel. Ja, hier wird schon heiß. Und Holland. Mit schlichtem Ball. Schlichten Hogan. So, Holland zieht ab. Castils hat den Ball. Xaver. Amiri. Und es geht über die linke Seite. Oh, der schnell. Wow. Oder Dreck. Arnold zieht ab. Und Kruppel. Super Parade. Eckball. Sehr schlecht ausgeführt. Und jetzt. Der kann jetzt mal laufen. Zeigen, was er drauf hat. Sehr schöner Sprint. Oh. Nicht umsonst. Soll es. Oh. Und Achtung, Konter. Über rechts. Baku. Schulz. Erster Versuch. Den Ball wegstichelt. Gute Gelegenheit für Wolfsburg. Wolfsburg schlägt sich nicht schlecht. So, Achtung. Sagadou ist da noch dazwischen. Vigorst. Und Kobel. Westbrook viel stärker. Boah, Kobel hat den Ball. Und so, Konter. So, Bellingham. Rüber. Und Bellingham. Weitergeleitet. Legt auf für Erling Haaland. Und der Treffer zählt. Und er macht ihn mit einem Kunstschuss ins Tor. Das lässt er sich nicht nehmen. Hier Bellingham mit super Vorarbeit. Und da macht er sein 35. Tor. Das ist schon Wahnsinn. Also, in jedem Spiel mindestens einmal getroffen. So, es geht wieder weiter. Haben wir. Ah, da wäre. Da wäre vorne einer gut gestanden. So, Wolfsburg kommt ziemlich schnell. Achtung, Vigorst. Boah, das war eine hundertprozentige. Die haben sie nicht gemacht. So, kriegt er den Bass. Ja, aber. Arnold. Vigorst. Babu. Bamiri. Achtung. Das war abseits. Ich habe nur noch auf den Linienrichter geguckt. Und die erste Halbzeit ist vorbei. Eine ganz, ganz knappe Führung. Für uns. Das ist noch nicht sicher. Bayern auch wieder an Unentschieden momentan. Das alles sieht man gerade nicht so viel. Mal gucken. Verliert er gerade den Ball. und Baku. Und Baku. Und Baku. Der schnell. Beeil. Mal gucken. Reingabe. Gubel. Willingheim schöner Sicht hier auf Test. Da hat's der Xaver geahnt... Achtung! Oh, ganz, ganz. Du bist das Verteidigen, aber nochmal gut gegangen. Die Sonne ist auch ein bisschen nervig, man sieht die Trikotfarben kaum. Das stört mich ein bisschen. Ist auch Wolfsburg gut am Verteidigen. Marco Reus kam nicht richtig zum Schuss. Und Wolfsburg lauert. Zagadou, klasse verteidigt. Wie lange kann Wolfsburg das Tempo noch hochhalten? Zagadou, klasse verteidigt. Oh, sehr schön. So, was jetzt wird ausgewechselt? Steffen kommt. Der war gefährlich. So, Haaland. Schön. Nicht zu stoppen. Ah, La Croatin. Und Baku. Baku. Ja, schön. Boah, schlichter Pass. So, jetzt aufpassen. Schön, Zagadou macht heute ein Top-Spiel. Anna, Miri. Weg. Schön. Haben wir. Komm aber zu nichts hier. So, Haaland. Mach dir den Deckel drauf. Ja. 2-0. Da macht er das 2-0 in der 73. Und das ist quasi schon die Vorentscheidung, würde ich sagen. Stiffen. So, aber links nochmal. Flanke kommt. Arnold. Bringt sie noch ihre Chance. Weghorst. Verdatteltem Ball. Bellingham. So, jetzt ist frei. Test. Schlecht getimed. 81. Minute. Jetzt nochmal ein hoher Ball. So, wie kostet erarbeiten sie sich? Nein. Machen sie nicht mehr. Das war abseits 85. Minute. Was passiert hier noch? Halten wir uns den VfL gut vom Leib oder machen sie noch das Unmögliche? Ich glaube nicht mehr. Ich glaube nicht mehr. Rubbel. Super. Zagadu. Schönen Pass. So, und jetzt wird auch abgepfiffen. 92. Minute. Wir haben uns drei Punkte erschnappt, erarbeitet und haben damit eine super Ausgangsposition. Jetzt ist nur noch interessant, was Gladbach macht. 4 Spiele sind es noch. 4 Spiele sind es noch. Oh. Okay. Moment, wo kann man denn die Spiele sehen? Was sieht man denn das? Das sieht man denn das. Klappbach hat nur ein 1-1 Rund entschieden gegen Köln. Das heißt zwei Punkte Vorsprung. Bayern München auf Platz 5. Leipzig kann noch auf 63, auf Platz 3 landen. Was wir haben, 102 Tore. Muckelkrasse. Aber 56 Gegentore. Naja. Im nächsten Spiel geht's dann nachgegen gehen, FC Bayern München. Das wird nochmal ein Top-Spiel. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.